Hallo Leute, willkommen zur Psychedelic Trash Flower Show. Ich bin DJ Ahorn und heute pflanzen wir die voll abgespaceden Transtilpen. Hier ist auch schon euer Dünger. Und jetzt nehm ich The Real Tulpe und flash die volle Frühjahrs Newcomerin in die geile Erde rein. Boah, kommt des geil. Now, Sprinkle Action Time. Hey, aber das Wichtigste ist der Subwoofer, der mit in die geile Erde rein muss, damit den Tulpen richtig einer abgeht. Das war's mit der Psychedelic Trash Flower Show. Das nächste Mal basteln wir uns ein trashiges Vögelloft für Amsel, Drossel und die anderen geilen Musiker.